Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute geht es los mit Generics. Generics sind etwas, das ihr schon verwendet habt, ob ihr es wollt oder nicht und das schon eine ganze Weile. Aber ihr habt Generics wahrscheinlich noch nie selber geschrieben und das wollen wir heute machen. Wir wollen uns auch angucken, warum das eigentlich echt cool ist. So, wir fangen mal an mit einer generischen Funktion. Man kann das Ganze auch mit Klassen machen, man kann die Generics später einschränken. Das machen wir alles noch. Dieses Mal allerdings nur mit eben generischen Funktionen und da auch nur sehr grundlegend. So, wir definieren uns erstmal eine Funktion. Wir schreiben uns hier eine Funktion, die eine Liste generiert. GenList nennen wir die und die soll natürlich ein A von irgendeinem Typen benutzen. Wir nehmen jetzt mal als Typ hier ein Int. Das heißt, wir bauen uns eine Integerliste sozusagen und die wollen wir natürlich dann auch zurückgeben. Liste von Int und ja. Wir returnen hier einfach direkt eine List of A. So, okay. Jetzt haben wir das Ganze fertig. Jetzt haben wir aber ein Problem. Was machen wir, wenn jemand einen String hier reingibt? Nun, theoretisch könnte man diese Funktion dann genauso benutzen. Exakt gleicher Code, nur dass hier eben ein String steht und dann steht hier eben auch ein String. So, jetzt merkt ihr, was das große Problem ist. Wenn wir diese Funktion schreiben, dann müssen wir für alles, aber wirklich für alles an Typen, auch für Vektoren müssen wir eine eigene Funktion haben und so weiter und so fort. Und dazu gibt es Generics. Generics erlauben euch einfach den Typ variabel zu halten. Das heißt, hier steht am Ende nicht String, sondern hier steht normalerweise ein T. Ein T für Typ. Ein irgendein variabler Typ. Genauso hier im Parameter steht ein T für Typ. Und dann müsst ihr aber nur eine Sache machen und zwar angeben, dass diese Funktion einen generischen Typen beinhaltet. Ihr müsst quasi als Parameter der Funktion sagen, ey, schau mal, das Ding benutzt diesen Typen. Und wir haben das schon getan. Wir haben das schon mehr als einmal getan, um genau zu sein. Denn wir haben hier schon mit, ich mache hier mal einen Return rein, dann nehme ich den Code da unten nicht mehr. Wir haben hier schon mit Listen gearbeitet. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel sowas gemacht wie, hey, das ist eine Variable Liste, Achtung, von String. Okay, das ist generisch. Oder Liste von Int. Das ist generisch, ja. Oh, ich habe natürlich keinen Namen eingetragen hier. Liste, so, ist gleich List of, ist gleich List. Jetzt ist es da. List of 42, okay. Das heißt, wir haben hier einen generischen Typen. Das ist sogar eine generische Klasse. Fällt euch vielleicht ein Beispiel für eine generische Funktion ein? Einmal kurz nachdenken. Klar, ähm, generische Funktion, überhaupt kein Problem. List of ist eigentlich eine generische Funktion. Der Compiler macht das nur für euch automatisch. Der Compiler sagt, hey, das ist offensichtlich ein Int. Aber ihr müsst das nicht unbedingt angeben, weil der Compiler eben weiß, dass 42 ein Int ist, ja. Aber ihr könnt das durchaus angeben. Und das ist dieses T, von dem ich hier oben geredet habe. In dem Fall List of ist dieses T hier einfach automatisch, naja, ein Int eben. Also das ist quasi unser Typ Parameter. Das ist ungefähr dasselbe, wie wenn ich hier schreiben würde, das ist ein T, ja. Diese Liste hat den Typen T, obwohl wir nicht wissen, was T ist. So, und was wir jetzt machen können ist, wir können ganz einfach sagen, wir generieren uns unsere Liste mit GenList. Das ist sozusagen unsere eigene Funktion jetzt davon. Und zwar machen wir jetzt hier ein A vom Typ T rein. Naja, das ist eben 42. Und dann haben wir hier als Typ T eben Int. Ups, den sollte ich vielleicht richtig schreiben, dann geht's auch. Und ja, das ist im Endeffekt jetzt unsere generische Funktion erst mal erstellt. Und auch wirklich mal selber eine generische Funktion geschrieben. So, jetzt fragt sich der ein oder andere wahrscheinlich, warum sollte ich so was Ätzendes tun? Ein Beispiel ist eben dieses ListOf oder dieses GenList, was wir jetzt hier geschrieben haben. Aber im Endeffekt ist das eigentlich für so ziemlich alle Containerklassen oder Containerfunktionen wichtig. Containerklassen oder Funktionen sind, naja, eben Funktionen bzw. Klassen, die Daten speichern sollen. Also eben sowas wie eine Liste, sowas wie eine Hashmap, sowas wie irgendeine Datenklasse, ein Set, ein Baum, eine Baumstruktur. Irgendein Sortieralgorithmus kann auch mit solchen generischen Dingern arbeiten, sofern eben gewisse Parameter oder Constraints erfüllt sind. Okay, und zu diesen Constraints kommen wir noch, denn man kann zum Beispiel sagen, hey, ich sortiere jetzt eben meine Liste vom Typ T. Also ich sortiere mir eine Liste vom Typ T, aber dieses Sortieren ist nicht abhängig von einem Typen. Es ist mir egal, ob da Integer oder Floats oder was auch immer drin sind, sofern ich die Dinger sortieren kann. Sprich, sie brauchen eine gewisse Funktion, größer als oder kleiner als, eben sowas wie CompareTo. Ja, und dieses CompareTo führt dann dazu, dass ich sie hier drin verwenden kann. Das heißt aber, wir können nicht jeden beliebigen Typen T, wie zum Beispiel in Containerklassen verwenden, wie in Listen, sondern wir müssen einen Constraint erfüllen. Das heißt, wir können nur Typen unterstützen, die auch eine CompareTo-Methode haben, so nach dem Motto. Und dazu gibt es eben nochmal spezielle, eben diese Constraints, die ich euch dann eben auch zeigen möchte und eben natürlich auch Klassen, wie das da funktioniert. Das machen wir allerdings in den nächsten Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.